Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Battlefront. Ich bin hier gerade zusammen mit Luke Skywalker aka Sturmwaffel. Hi! Ich hab mich noch nicht gemutet, ne? Ne. Das mach ich jetzt, denkst du, ich bin das Intro. Bonio meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, willkommen zu einer Runde Star Wars. Star Wars ist ja noch draußen, beziehungsweise die Open Beta und es zocken gerade so viele, da dachte ich mir, möcht ich auch mal, weil ich bin ein cooler Typ. Oh ey, guck mich an, ich hab ein weißes Shirt, was irgendwie voll groß ist. Das ist ein Zusammenschnitt, wenn es euch gefällt, lasst mal einen Daumen nach oben. Wir spielen jetzt mal so eine Walk Assault, wir joinen einfach mal. Ich weiß übrigens nicht, wie ich das mit der Mucke jetzt gemacht habe, weil ich hätte super gerne natürlich die In-Game-Sounds. Können wir auch unseren eigenen Hero abschießen? Schieß mal, schieß mal. Luke, 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 Luke! Ihr seht, ich hab schon ein bisschen gezockt, ich bin schon Level 4 hier. Das heißt, ich hab schon eine Sniper, die macht sehr verhältnisweise viel Damage. Oh, oh, oh! Ah, ist klar, AT-AT. So, Level 5 kann man maximal in der Beta werden, das hab ich schon rausgefunden. Ich hab's ja auch mal gestreapt. Fuck, 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 fuck! Wir sind jetzt auch Rebellen auf der Map. Das ist blöde, weil Rebellen sind sowas von derbe unterlegen auf diesen Maps. Das ist leider... Ach ja, genau, und da kommt er schon wieder. Ach nein, nicht in die Leute... Wie? So, nice. Das ist nämlich der Vorteil des Sniper-Plays. Ein Sniper-Schuss und dann ein, zwei Blaster-Schüsse und dann ist er nämlich down, der Gegner. Oh Gott, da hinten sind's alle. Nice. Ah, Alter! So ein Erfreund... Der blöde AT-AT! Die sind so OP, die Dinge auf der Map. Man hat als Rebell einfach überhaupt keine Chance, Mann. Da kommt der Väter. Hey, Väter! Oh, shit. Eat this, Väter! You're not blocking shit, Väter! Look at me, Väter! Do you like this? Do you like... Oh, oh, oh! Fuck you, Väter! God damn you, Väter! Und da werde ich jetzt einfach mal das, äh, äh, ne, den Shit von meinem Partner nehmen. Denn mit dem Jetpack kann man folgendes machen. Ihr seht schon hier. Zack, sich so wunderbar mal ein bisschen rumteleportieren. Das kann in vielen Situationen sehr nützlich sein. Oh. Nice, sir! Okay, wow. Ihr Nutten! Ich hab übrigens noch nie als Rebell gewonnen. Falls ich jetzt... Wirklich mal gewinne... Okay, der ist nicht mehr da. Falls ich wirklich mal jetzt eine Runde gewinnen sollte, ess ich einen Besen. Also, ich ess keinen Besen dann. Spawn und hat kaum noch Leben. Und Batzi, Junge! Nein! Ich wollte doch noch... Ich... Fuck, fucking ATS hier ist... Hab ihn! 80, 80 und... Warte, warte, da ist was, da ist ein krasses Pickup! Nein! Es ist was krasses, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Bitte sei gut, bitte sei gut. Es ist ein Squatch-Shield, okay. Kann man drüber diskutieren. Wir müssen uns natürlich hier was gönnen. Hi! Hi! Na? Ach, ist klar, kann man wohl Granaten durchwerfen. Crap, ich hab's verkackt, ich hab's verkackt. Buh! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Nein, von links Die Schweine backen, ey Bäckchen Keine Ahnung, tschüss Und Aktivier den Shit, aktivier den Shit Dann können wir vielleicht echt mal gewinnen Junge, wir stehen kurz davor, dass wir das vielleicht mal schaffen könnten Die 80-80s sind noch richtig weit weg Let's go, let's go, let's go Alter, wir könnten das echt packen Wir könnten das echt packen Gregor Mann Fuck, ey, wir hätten es fast geschafft Komm schon, bitte, ich brauche nur noch ein bisschen Das wäre so toll Wo sind die Pickups? Okay Okay, ein Walker ist down Jetzt alles auf dem zweiten Walker Egal, was passiert Einfach nur auf den Walker gehen Einfach nur auf den Walker gehen Mensch, Gregor Alter, nein Guck mal, wie knapp das ist Es ist einfach so So schwer Dieses Spiel ist so schwer Die sind so fucking OP, Mann Vielleicht mache ich einmal noch kurz von der anderen Seite Vielleicht können wir da mal ein bisschen OP rumschnellsen Zack Jetzt bin ich OP, Alter Jetzt bin ich Hopp Guck mal, guck mal Fliegi, 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 Fliegi Hä? Hä, 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 hä? Warum bin ich eigentlich so Warum bin ich so crap equipped? Ich habe gar keine Sachen jetzt mehr Fliegi machen, einfach Fliegi machen Fliegi, Fliegi, Fliegi Nice Oh Wie sehr das alles nicht Habe ich den denn jetzt noch? Was ist das? Hero Pickup Yes, 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 alter Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah Gibt's euch, gibt's euch, gibt's euch I'm Vata I'm Vata Hello Vata I'm Vata Keep the Uplinks offline Lauf in mir Vata It's coming to you And it's gonna kill you Alright I will be with me Ihr seht unten Hier, da läuft so Die Lebensanzeige ab Damit man nicht unendlich lange Diese Heroes spielt Denn die sind an ein paar Stellen Schon echt Ein bisschen sehr OP Bats, alter Es ist so sick Ah, shit, alter Erstmal einen guten Run gemacht Der gute Vata Am Vata Oh Hä? Ach, er ist einfach reingegangen Du Sau Erstmal Miespawn und Killsteen Läuft bei uns Was ist das? Hero Pickup Hero Pickup Nochmal Vata Nochmal Vata Nochmal Vata Yes, man Zweimal Vata Nochmal kurz den hier Zack Easy Ah Luki hat mich getodet So, Leute Ich glaube Wie gesagt Das war ein kleiner Einblick Mal in die wunderbare Star Wars Welt Wir waren zweimal Vata Und Vata Ist sehr cool Aber wie gesagt Das ist das erstmal Zum ersten Einblick Ich hab da auch schon mal Ein bisschen gestreamt Ihr habt es bestimmt auch schon Bei vielen anderen gesehen Deswegen muss ich den ganzen Shit nicht immer so Crank ausschlagen Von daher Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich freu mich, wenn die Vollversion draußen ist Bis dahin Sag ich tschüss Bis zum nächsten Mal Vata Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal